Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Oh, ich habe zum ersten Mal den Pickup abgelassen. Der quietscht sogar so schön. Wow. Ja, für alle, die jetzt sagen, geiles Teil. Modliste steht unten in der Videobeschreibung. Herrlich. So, was gibt es jetzt hier bei Chaotix Gaming? Wie geht es euch, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, was macht ihr so? Tolles Wetter draußen. Wahnsinn. Der Sommer ist in vollen Zügen angekommen, würde ich so langsam mal sagen. Und ich habe meinen Spaß auf dem Acker trotzdem. Ich kann ja nicht einfach jetzt draußen sein und auf Real Life machen. Hier muss geackert werden. Dann habe ich mir so ausgesucht, dass wir jetzt hier einen Hof betreiben auf der Altenstein-Map. Wie gefällt es euch denn bisher? Schreibt es doch einfach mal rein. Und auf welchen Maps spielt ihr eigentlich im Moment? Also zwei, drei Leute haben mir gleich gesagt, oh, ich spiele auch auf der Altenstein. Aber die anderen haben sich gar nicht geäußert. Wo spielt ihr denn noch so? Gibt es noch kleinere Maps vielleicht? Ich suche ja noch was für mich privat sozusagen, auch zum Zocken. Die kann ruhig noch kleiner sein wie die Altenstein. Weil ich möchte ja nicht die Altensteine einmal privat und einmal als YouTube zocken. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich hätte dann gerne nochmal so eine kleine süße Map. Ich habe da mit Zillertaler Alpen gezockt. Die war auch ganz niedlich. Aber ist jetzt auch durch. Also da bräuchte ich auch mal was Neues. Also wenn ihr da auch ein paar Tipps habt, gerne raus damit. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Ich möchte nochmal erinnern an die Chaotix Gaming Facebook-Gruppe. In der ihr selber Beiträge posten könnt. Jeder kann da rein posten. Screenshots, Fotos. Ihr könnt euch verabreden. Zum Zocken. Ihr könnt euch über Mods austauschen. Und so weiter und so fort. Alles möglich. Ihr müsst euch für die Gruppe nur bewerben. Die habe ich auf geschlossen gestellt. Hat den folgenden Hintergrund, dass ihr vielleicht nicht möchtet. Also nicht jeder. Oder dass alle sehen, was für Beiträge ihr in irgendwelchen Gruppen macht. Weil eure Freunde würden das sonst sehen, wenn es eine öffentliche Gruppe wäre. Deswegen habe ich es so geschlossen. Das ist der einzigste Grund. So, wir haben 2854 Weizen einsammeln können hier auf dem Feld. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Passt. Rohr rausfahren, abtanken. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Hatz sich quält zurück zum Feld. Ob er das überhaupt macht. Aber eigentlich müsste er es ja packen. Komm. Wird ja wohl nie so schwer sein, oder? Hat sie? Ich denke, der packt es. Der Hatz. Geil. Schöne Bilder. So, dann kann ich den erstmal... Ach so, warum klappe ich ihn schon zu? Ist er noch gar nicht fertig. Oh, er hat sich selbst wieder ausgefahren. Das habe ich nicht gemacht. Auch nicht schlecht. Motor aus, mache ich hier. Und wir sammeln weiter unser Stroh ein. Ja, der Ladewagen ist auch schon bei 40%. Nicht schlecht. Geht schnell hier. Ja, wie gesagt, kleine Fahrzeuge. Das ist so bei einem Oldtimer-Projekt. Da muss man sich dran gewöhnen. Leute, ich habe richtig Spaß daran, dass es weitergeht hier mit YouTube. Herrlich. Schön, dass ihr alle wieder zurückgekommen seid. Also die meisten von euch. Bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank dafür. Und vor allem gibt es ja tatsächlich auch Leute, die sich gar nicht für die Landwirtschaft hier interessieren, aber trotzdem die Videos gucken, nur weil ich irgendein Blödsinn quatsche. Finde ich super. Wahnsinn. Also die Pause von einem halben Jahr, die hat mir so gut getan. Ich genieße es wieder hier. Herrlich. Als wäre es nie anders gewesen. Oh, warum ist die Strohbahn denn hier so dünn geraten? Da bin ich wohl mit dem Drescher ziemlich schlecht gefahren. Ich habe nur eine kleine dünne Bahn mitgenommen. Ja, das ist der Nachteil, wenn derjenige, der den Schwads später einfährt, der kann nämlich auch deine Arbeit bewerten. Der sieht nämlich ganz genau, wie gut du die Bahn mitgenommen hast. Einfach an der Menge von dem, was er aufnimmt. Ja, und da müssen wir das Feld natürlich grubbern, düngen und neu einsehen. Alles mit schönen kleinen Geräten. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Es dauert eine halbe Ewigkeit vermutlich, obwohl bei den kleinen Feldern geht das ja natürlich eigentlich. Dafür ist die Map halt wirklich echt geeignet. Ich habe mir hier den ganzen Rasen kaputt, wie ihr seht. Ja, aber soll ich das kleine Stück mähen? Nee, im Moment habe ich eh nicht vorzumähen. Von daher passt es. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Strohlager am Hof habe oder ob ich mir sowas noch besorgen muss. Weil ich werde Stroh irgendwie einlagern. Ich habe jetzt gar keine Ballenpresse oder sonst irgendwas geholt. Ich habe ihn einfach direkt auf Ladewahn gesetzt. Boah, der wird voll sein, bevor wir fertig sind mit dem Feld, oder? Schafft er das noch? Ich hoffe, er schafft es noch. Kriegt es noch alles rein. Ansonsten lasse ich es liegen, ehrlich gesagt. Aber für das Stück fahre ich also nicht nochmal hohen runter. Obwohl, wir brauchen das Geld, ne? Wir sind ein frischer Betrieb hier. Ein junger Betrieb. Wir wollen es noch weiterentwickeln. Wir haben Schweine zu versorgen. Wir haben Kühe zu versorgen. Ich muss am Anfang noch auf Big Packs zurückgreifen. Die kosten Schweinegeld. Ein Schweinegeld wortwörtlich. Dann muss ich wahrscheinlich doch zurückfahren und das Stück hier einsammeln. Wenn ich dann überhaupt das Stroh lagern kann. Na, schauen wir mal. Erstmal Richtung Hof. Ich könnte ja mal gucken, ob die Tiere überhaupt noch Stroh gebrauchen könnten. Ähm, die Schweine. Stroh. Nö. Die Kühe könnte ein bisschen Stroh gebrauchen. Dann kriegen die Kühe von mir ein bisschen Stroh. Oh, ich darf ja hier nicht so schnell... Oh, das ist ein Axtbruch. Ich darf hier nicht so schnell fahren. Gerade wenn ich so beladen bin. Dann muss ich hier ganz behutsam durch die Schlaglöcher fahren. Also hier werde ich auch irgendwann mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und die Straße teern müssen, glaube ich. Oh, 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 oh. Oder nach einer alternativen Route schauen, weil so geht das auf Ewigkeiten nicht weiter. Dann mache ich mir ja alles kaputt, was ich habe. So oft kann ich gar nicht die Fahrzeuge reparieren. So, sind wir wieder auf dem Hof. Hier ist alles schön geflastert. Und dann gucken wir mal, ob die Kühe schon was damit anfangen können. So, das musste ich in den Stall machen, ne? Warum bin ich jetzt hierhin gefahren? Naja gut, geht auch so. Kurz das Tor eröffnen vom Stall. Geht nicht so, das war richtig dumm. Leute, ich hätte hier reinfahren müssen. Typisch. Und aufräumen muss man hier, stimmt. Man muss einen Stall sauber halten. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber zum Glück habe ich schon eine Schaufel und einen Frontlader. Weiß ich, ich drehe jetzt hier. Da. Kriegen wir doch alles hin. Wir sind doch Profis. Sind ja lang genug um sie gefahren. Da lernt man sowas. Sehe ich ja gar nicht. So, können wir abkippen? Können wir schon abkippen. Sehr schön. Oh, die nehmen noch eine Menge. Oh, schön. Gut. Dann hole ich erstmal den Rest vom Feld. Und hole die Fahrzeuge vom Feld da weg. Und dann muss ich mal später, das suche ich in Ruhe mal raus, wo ich dann das Stroh überhaupt abladen kann. Ah, Holperstraße. Hier geht es schon wieder los. Oh, krass. Boah. Was für dicke Dinger, sage ich dir. Gibt es eigentlich eine Mod, mit der man theoretisch jetzt die Schlaglöcher füllen könnte? Ich habe mal irgendwo so ein Video gesehen, so ein total verrücktes, wo jemand angefahren ist mit so einer Straßenwalze und so und dann tatsächlich betoniert hat. Gibt es das? War das ein Fake? Ist das echt? Funktioniert das? Sind dann die Hügel weg? Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Ansonsten muss ich mir die Map hier mal umbauen oder auf den Rasen fahren. Ich weiß auch nicht. Hier so ein kleiner schöner Wald liegt. Kenne ich auch noch nicht. Da will ich mal reingehen. Der sieht schön aus. Oh, durch den Fluss durch. Hier könnte ich also Wasser holen kostenlos. Okay, cool. Gut zu wissen. Hier kriege ich kostenlos mein Wasser. Ich hätte sonst nämlich so eine kostenpflichtige Verkaufsstelle gehabt an Feld 10 oder Feld 9. Die habe ich schon mal entdeckt bei so einem Rundgang. So, letzte Bahn, Stroh sammeln. Ja, hier wird nichts liegen gelassen. Wahres Geld. Schon haben wir es wieder fertig. Dann würde ich sagen, ich habe mir den Follow-Me-Mod runtergeladen. Dass die Fahrzeuge sich automatisch hinterherfahren sozusagen. Und den benutzen wir mal jetzt. Ne, der ist nicht der Führer. Sondern der Führer ist vorne der... Richtig. Der Bison. Und der Bison folgt dann dem Hatz. So, müssen wir natürlich noch einstellen bei dem Bison. Und dann kann die Fahrt auch schon beginnen. Zurück zum Hof. Mit Stroh und Weizen. 2800 Weizen noch schön hier im Hänger. Sauber. Dann habe ich ja auch Weizen noch standardmäßig im Lager. Staatmäßig hat man ja immer. Dann kann ich schon wieder was verkaufen. Dann hätte ich schon wieder ordentlich Kohle. Ich weiß zwar nicht, was ich im Moment gebrauchen könnte. Doch. Ich habe sogar schon Wünsche. Dafür habe ich aber noch gar nicht die passenden Mods. Das heißt, da könnt ihr mir auch schon Tipps geben. Und zwar bräuchte ich noch einen Miststreuer. Und einen Küllefass. Als Ultimer. Also wenn ihr da was habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir da Tipps geben könnt. So. Den Drescher machen wir mal, dass er nicht mehr folgt. Ich stelle den erst mal kurz hier hin. Dann steigen wir in den anderen. Dann folgt er bitte nicht mehr. Ist auch immer eine Wirtschaft. Er spart zwar ein bisschen was, dass man nicht alle Fahrzeuge einzeln fahren muss. Aber dieses Entkoppeln hier von der Reihe ist auch immer anstrengend. Mit dem fahre ich erst mal ins Silo. Und dann schmeißen wir das Weizen zu unserem bisher vorhandenen Weizen. Sehr schön. Ja, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, ne mein Freund? Okay, dann weiß ich jetzt aber, dass die Abgibseite hinten auf jeden Fall ist. Dann werde ich nächstes Mal ein bisschen anders daran fahren. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, er macht es wenigstens dann zur richtigen Seite. Aber LS17. Aufhören zu denken. Das Spiel denkt auch nicht. So, den Hatz stellen wir wieder zurück. In seine Halle. Boah. Und dann fahren wir den Drescher in seine Garage. Leer gemacht haben wir ihn. Wunderbar. So, und dann bringen wir noch den Ladewagen an seinen Bestimmungsplatz. Können wir mal schauen, ob ich Stroh vielleicht hier sogar einlagern kann. Aber ich glaube nicht, das wäre jetzt Zugfass. Nee, Stroh wird hier natürlich nicht angenommen. In der Meinung, ich habe vorhin irgendwo ein Strohlager gesehen. Da ist ja sogar ein Schloss, das habe ich bisher auch noch nicht entdeckt. Oh, das schauen wir uns auch nochmal an, das Schloss da oben auf dem Berg. Okay. Ja, wenn jemand von euch weiß, wo hier ein Strohlager vielleicht ist, bleibt es mir mal bitte in die Kommentare, damit ich mich nicht tot suche. Und dann stelle ich den vollen Ladewagen erstmal hier oben hin. Sauber. Dann packen wir noch den Deutz D80 wunderschön ein. Und ich sehe gerade, die Fahrzeuge werden endlich schön dreckig. Also ich mag es ja, wenn die Fahrzeuge dreckig sind. Wie ist es bei euch? Holt ihr immer sofort nach einer Runde fahren den Kerscher raus? Oder steht ihr auch auf den Dreck? Also ich glaube nicht, dass ich mir einen Kerscher kaufen werde. Außer es gibt ein Fahrzeug, was ganz schlimm aussieht. Dass die Scheiben so dreckig sind, dass ich nichts mehr sehe oder so. Dann ist es wieder was anderes. Aber ansonsten mag ich den Dreck total. Den habe ich richtig gerne. So, und in der nächsten Runde müssen wir dann Feld 2 grubbern und einsehen. Und dafür werden wir uns mal den Ursus C45 schnappen, Leute. Da habe ich mal richtig Lust drauf, den wieder zu verwenden. Den Lanz Bulldog Alternative. Zudem gibt es auch ein Video hier auf unserem Kanal. Schaut da einfach mal rein. Und ich würde sagen, für diese Runde war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Euer Haru. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020